Willkommen hier aus Texas. Also Austin, heute steht der nächste Sprint an und deswegen auch wieder eine etwas längere Folge und wir sind hier natürlich am Cota, am Circuit of the Americans in unserer FNs 23x Teamkarriere mit Audi. Die Season 1 neigt sich dem Ende zu und ich bin mega hyped. Heute wird nämlich wieder einiges Weirdes passieren, wo ich mir auch nicht erklären kann, was da abgeht. Hier haben wir noch einmal den Circuit of the Americans, 5,5 Kilometer, 20 Kurven und auch zwei DS-Zonenstrecke. Lässt eigentlich gute Wohlmann über zu und sie ist auch unfassbar lang, außer eingestellt natürlich die SS, aber auch die unfassbar lange Geraden, die heute für einiges an Edge sorgen. Aber gehen wir nun in die Qualifying-Runde, die dann unser Startplatz für den Sprint auserkoren wird. Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich auch gern über einen Support mit einem Däumchen rum freuen oder auch gern mit einem teilen oder so. Schaut auch gern auf Social Media vorbei, unbedingt auch gern auf Facebook-Tobi auf TikTok. Mir machen wir die 13k vor, die jetzt die ersten Kofi-Leichten-Scheifel verpasst und deswegen fliegen wir da auch direkt auf den 20. Platz runter. Ich mache mir auch ohnehin keine großen Wartungen hier, denn die Strecke ist halt wirklich, ich benötige viele. Es ist ein wendiges Auto, aber auch ein Speed-Auto und der erste Sekte, den haben wir eigentlich gut gemeistert, auch wenn wir eine halbe Sekunde Rückstand haben, wäre das hier immer noch P19 und ich weiß ja auch im Sprint lässt sich auch einiges kaschieren. Der Qualifying-Tag war eigentlich immer oder nicht immer unser Freund, beziehungsweise so gut wie nie. Also gerade das Qualifying an sich, hier kann man gut schon lernen, das kenne ich dank Cano Robbier, aber wie gesagt, das Qualifying war nie so mein großer Freund, da bin ich eher im Rennen ein bisschen besser oder sind wir, glaube ich, auch konstanter. Punkte könnten alle mal drin sein. Neue Fertigung, die Polen mit, das ist auch sehr interessant. Jetzt geht es auf einen sehr, sehr harten Bremspunkt. Hier gab es dieses echt extrem coole, ja, diesen geilen Fight um den ersten Platz zwischen Hamilton und Verstattmild im letzten Jahr. Also jetzt 14. Platz, da konnten wir einiges gut machen. Ja, da rutschen wir wieder ab auf den 16. Jetzt kommt so ein bisschen meine Angst-Kurve, denn diese paar Rechts-Kurven, die ja an die Türkei anlehnen sollen, sind extrem schwierig mit meinem Setup zu fahren. Ich muss da auch immer ein bisschen vom Gas runter und rechts müssen wir aufpassen, tracken müssen. Da bleiben wir aber diesmal weit weg, weil ich da fast einen Pendler bekommen hätte. Letzte Kurve lässt wieder schneiden zu und rechts hat man Gott sei Dank die Sonsenschläge weggegeben und das war in der Runde hier in, ähm, ja, guck da, guck mal, wenn wir uns starten. Die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Die Vorbereitungen sind fast abgeschrieben. Jetzt geht's los hier ins Rennen. Sieben Runden werden sein in unserem Sprint-Event. Wir starten neben Nico Gutenberg. Mit dem hatten wir auch gestern einiges zu tun. Unser Start war okay, wir kommen ein bisschen schlechter weg als Nico, aber besser als Guanyu und Yuki hat hier sowieso komplett verkalkt. Fernando, Alun, nein, das war Halwan, sorry. Ähm, da in der ersten Kurve ist es sehr eng, da müssen wir draufpassen, rechts auf den Alpha, der wird hier nicht nachgeben. Ja, hier haben wir schon den Boss. Diesmal wieder Nico Gutenberg. Ja, ich glaube auch Punkte werden unfassbar schwierig. Hier im S müssen wir ja ein bisschen die Kurve schneiden, denn ich, ja, konnte, man kann ja auch nicht nebeneinander fahren. Nico hat hier drauf gehalten, da kann ich auch nicht irgendwie, ja, da, da muss ich ihn vorbeilassen. So, trotzdem, es ist der zwölfte Platz. Wir haben schon den einen oder anderen Platz gut gemacht und gerade der, ja, komme ich weit raus. Da habe ich vermutlich irgendwie was umgeschalten. Also das, das ist normal nicht so. Da gehen wir ganz spät rein. Das war wirklich, ja, selbst meine Verhältnisse, zu spät und zu aggressiv. Aber, ja, man probiert natürlich im Sprint alles, was geht, um das bestmögliche, ja, den bestmöglichen Startplatz rauszuholen. Im Windschatten können wir auch hier unseren Lauren, äh, äh, Lance Stroll dran arbeiten. Und, ja, jetzt hier Gasly. Natürlich, die vertraute Umgebung nur einer fällt mir da auf. Das ist Max Verstappen. Der gehört nicht hier, ja, eigentlich. Trotzdem, eigentlich die gewohnte Umgebung, Lance Stroll, äh, Pierre Gasly, Nico Hültenberg-Botters. Das sind so genau die Autos, gegen die wir auch schon die komplette Season fahren. Es ist wirklich sehr, sehr weird, was hier gerade abgeht. Ähm, wir sind unfassbar strong gestern gewesen. Wir haben wieder gepunktet und das ist auch immer wieder mein Ziel. Ein bis fünf Punkte sind dann wirklich das Maximum, was geht und das muss ich eigentlich auch immer wieder erwarten, wenn wir in den Rennen reingehen. Boah, der Pendler war nicht so gut und der öffnet fast die Tür für Waltherräder im Hintergrund. Wir hatten Lille im letzten Sektor. Das ist auch unfassbar interessant. Ähm, ja, oben auf dem Berg. Da könnten wir auch ein bisschen hoffen, dass Pierre uns die Schützenhilfe gibt. Denn Lance, ähm, ist hier unfassbar, ja, ich glaube, der könnte schneller. Aber aktuell hängt er natürlich ein bisschen hinterher und, ja, Gasly ist natürlich hier generell so ein bisschen der Bremsklotz. Der hat da schon ein kleineres Loch aufgerissen. Da nehme ich die Verwarnung mit. Der hat da schon ein kleineres Loch aufgerissen zu den Vorderleuten und, ja, das ist halt wirklich ein Problem. McLaren vorne mit dabei und am zweiten Platz, auf dem zweiten Platz ist ein McLaren, nein, das ist doch, ich glaube, direkt hinter Fernand. Ich weiß nicht, wer bei Fahrer fährt. I'm sorry. Aber der führt auch wieder hier ganz strong an. Wir sind hier am Landstroll dran. Äh, es ist die lange Graden. Man kann hier eigentlich auch gut, äh, sich dran saugen, gut überholen. Das werden wir hoffentlich auch im Rennen, ähm, ja, irgendwie machen können. Elfte, äh, elfter Platz für, für den Sprintbergen nicht toll. Botas können wir auch in Schach halten, nur wir kommen dann leider nicht nach vorne. Gasly konnte sich auch ein bisschen retten. Stroll hat die Angriffe aktuell mal abgestellt und wir hängen da trotzdem hinten nach. Wir kommen zwar Stroll gut, wir können zwar gut mitgehen, bleiben auch immer im DS-Fenster. Es hilft aber halt einfach nix, wenn halt die Gurke einfach so langsam ist, um da vorbeizufahren. Falls ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach so. Ich kann da nix machen. Wir sind ja, ähm, ja, in diesen SS verliere ich halt immer ein bisschen Zeit, weil ich eben so ein aggressives Setup habe und aufpassen muss. Da fliegen wir fast aus dem DS-Fenster raus. Die haben wir aber noch mitgenommen. Diese paar Tausendstel, die haben uns noch hier gerettet. So, der Berg rauf. Jetzt wird es auch höher mit Botas. Der drückt hier auch ordentlich an. Er wird aber noch nicht überholen können. Ich muss versuchen, in den SS auf maximales Risiko zu gehen. Auch scheiß drauf, ob ich irgendwie eine Verwarnung bekomme. Ich darf mir die drei, also zwei erlauben und die tritt ist dann halt erst die Strafe. Ähm, das Problem ist halt wirklich, ich, wenn ich auf dieser langen, geraden kein DS bekommen, wird es fast unmöglich. Oh, wie habe ich hier keine Verwarnung bekommen? Wie habe ich hier keine Verwarnung bekommen? Okay. Ähm, das war jetzt okay. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ich, ähm, wenn ich, ähm, DS-Fenster, ja, da hatte ich Fett-Snap-Overs hier und ich habe es trotzdem nicht geschafft. Ich bin nicht im DS-Fenster. Das ist natürlich bad. Das ist echt scheiße, wenn das hier passiert. Wegen der Einer-Tausendstel. Wir sind hier aber immer noch, ja, jetzt geht Valtteri vorbei. Da können wir aber hoffentlich was machen. Und da kommt der Switchback an Valtteri, auch wenn ich hier einen fetten Querschnitt hatte. Er hat, er funktioniert. Ein bisschen Platz zum Atmen, aber nur nicht zu viel, sonst fühlt er sich da gleich wieder frei. Da übernehmen wir wieder den siebten Platz. Ah, den elften Platz in der siebten Runde. Das ist die letzte Runde. Ja, die vor mir sind die weg. Da hätte ich so und so keine Chance gehabt. Trotzdem, das war noch ordentlich. Hier konnten wir dann kommen. Und ich glaube, Stroll wagt jetzt hier den Endfight-Angriff gegen, ähm, ja, und hier Stichbaut das nochmal durch. Und auch, ja, Nico Rückenberg. Das ist natürlich die lange Graben. Ich hatte keine Deckung mehr. Die Ress ist... Nein, das ist vor der lange Graben. Da haben sie schon durchgestochen. Und ja, ich glaube, es war ein bisschen mein Versuch, mein Verzweifelt. Ich wusste ja, dass ich ohne die Ress auf der langen Graben, äh, eigentlich, ja, Kanonenfutter bin. Und da wollte ich eigentlich nur einen so ein bisschen vorbeilassen vor dem Messpunkt. Und da wird es nochmal ganz eng. Hier zwischen Valtteri und zwischen uns und auch zwischen Nico. Und da verliert Bottos tatsächlich noch seinen elften, sogar seinen zwöl... Ah, ja, sogar seinen zwölften und jetzt auch den dreizehnten Platz. Er startet nur von 14. Das ist wirklich eine arme Socke. Und hinter mir gefühlt, ja, wieder ein riesen, äh, Getummel. Wer catcht sich den Loser-Audi? So quasi. Ähm, es ist eine Hetzjagd hier. Auf den Audi da vorne weg, würde man sagen, ja, das Feld anführt. Dieses kleine Feld hier. 3,4 Sekunden. Und wir starten, ja, nicht von der Pole oder so. Es ist nur Startplatz Nummer 11. Gucken wir uns die restliche Startaufstellung an. Es war ein intensives Sprint, aber ich glaube, da ist im Rennen mehr drin. Ich glaube, auch wenn wir mit einer anderen Strategie reingehen, die gelben Reifen sind echt top für die Strecke. Jetzt müssen wir uns angucken, wie die anderen so starten werden. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. George Russell startet im heutigen Rennen von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Norris, Sainz, Perez, Fernando Alonso, Verstappen, Stroll, Gasly, der Wissenschaftler, Hülkenberg, Ocon, Hamilton, Bottas, Albon, Magnussen, Duhan, Oscar Piastri, Sergeant, Joe, Sunoda und Nick de Vries. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Taudala, wir sind hier in der Startposition. Los geht's hier. Couta, unsere F1-23 Karriere Verstappen hatte den grottigen Start. Wir kommen hier ein bisschen besser den Berg rauf. Und da wird es ganz eng mit, ja, Fernando Alonso. Und jetzt rechts sticht da Lance Troll vorbei. Und ganz rechts Landon Norris. Das war echt eine holprige erste Kurve. Und ja, Lance Troll ist unfassbar übermotiviert. Da wird auf jeden Fall, ja, da wird es sich nicht lange Zeit lassen für einen Angriff, für ein Manöver hier gegen uns. Landon Norris hier auch mit einem unfassbar schnellen Paket auf dieser Strecke. Die sind wirklich unfassbar. Wirklich, oh, hier wieder Pendler, wieder Pendler. Ja, und hier wollte ich ein bisschen zu früh oder zu spät abdecken. Habe dann einfach gar nicht geachtet und dann passiert es hier. Das ist hundertprozentig meine Schuld. Aber ich kann da jetzt auch nichts machen. Ich wollte hier unbedingt abdecken und wollte halt wirklich Lance hinten lassen. Und ich wusste natürlich auch, wenn der vorbeigeht, dann probieren wir uns gleich zwei, drei weitere. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Der Start in der Replay, der war eigentlich okay. Turn 1 war ein bisschen verpackt. Also da war ein bisschen, da war ein bisschen der Hund drin. Aber auch hier der McLaren. Ich glaube, das war Nori. Und nein, es muss feinander gewesen sein. Der ist gestanden beim Start hier. Also hier gehen wir dann nebeneinander mit Lance Troll und dann auch. Nein, es war Nori. Es war Noris. Gehen wir hier dann rein und ja, und da gehe ich ein bisschen weit. Eben, weil ich mir gedacht, die sind hier zu dritt oder wir sind zu dritt. Das geht sich nicht aus. Dann hier runter. Da wollte ich abdecken. Auch wenn es hier wirklich ganz knapp ausgesehen hat. Vom Rückspiegel aus habe ich nicht gewusst, dass sich das nicht ausgehen wird. Also ich hätte da wirklich einmal zurückblicken sollen. Hat natürlich jetzt eher nur mir was gekostet. Wir sind hier. Rote Flagge. Obwohl alle am Brit sind. Ist das sogar Lance Troll hier? Hier ist hier los. Was? Rote Flagge ist natürlich jetzt nicht gut. Das ist gar nicht gut, denn wir können hier gar nichts mit der Strategie machen. Wir starten jetzt hier vom 20. Platz aus. Und ja, los geht's hier. Oh mein Gott. Guan Yu hatte unfassbaren Wheels. Safety. Das ist so ein Dreckspack in dem Spiel. Also ich weiß nicht genau. Ich bin schon so abgefuckt. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Piastri eine 5 Sekundenstrafe. Warum Piastri? Warum denn Piastri? Warum? Ähm, ich habe keine Ahnung. Warum jetzt schon wieder Safety Case? Ich weiß es nicht. Fernando ist anscheinend vorher ausgeschieden. Das würde auch die rote Flagge erklären. Warum jetzt wieder Safety Case? Ich weiß nicht. Es war in Kanada so bei unserer ersten roten Flagge, dass da direkt danach Safety Cup kam beim Restart. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, warum dieser Bucket da ist. Es ist natürlich alles irgendwie gegen uns. Denn ich dachte mir, so die gelben Reifen halten die im Leben bis zum Schluss aus. Nämlich die Weißen. Jetzt kommt der Safety Cup wieder für 1-2 Runden. Und ja, da schaut's auch so aus, als ob die gelben dann doch besser wären. Warum haben wir hier so eine Riesenlücke? Weil der Safety Cup irgendwie die falsche Gruppe aufgesammelt hat, oder? Ja, das wirkt so ein bisschen so, als ob jetzt alle hinterm Safety Cup nachpacken. Obwohl der eigentlich den Führenden einsammeln sollte. Da hat's auch ein bisschen, ja, jetzt lässt er uns vorbei. Und jetzt ist auch schon wieder Restart-Time. Ich habe euch das ganze Dilemma erspart. Wir kommen hier unfassbar mit einem Schwung aus der letzten Kurve raus. Und ich habe auch nichts zum Verlieren for real. Also ich wollte hier einfach wirklich, ähm, jetzt sind wir einfach, ja, wir sind der einsame Wolf. Wir haben hier nichts zu verlieren. Jetzt gehen wir an dem vorbei, der uns ja quasi das Rennen zerstört hat. Aber es ist natürlich meine Schuld. Also wir hätten beide aufpassen können. Aber er konnte nicht rechnen, dass ich da die Tür zumache. Wir sind hier auf dem weißen Reifen unterwegs und können hoffentlich bis zum Ende mit diesem Satz auch durchfahren. Sie schreiben hier trotzdem Runde 12 bis 20 an. Aber jetzt geht unsere Off-Pool-Jagd hoffentlich los gegen die Hinterwäldler-Teams hier. Also eigentlich sind wir ja auch ein Hinterwäldler-Team. Und ich würde auch gern öfters da hinten starten. Und im Qualifying sind wir halt dann doch öfters zu stark. Hier gehen wir jetzt an Juan Yujo vorbei und im Windschatten sorgen wir uns hier an Logan dran. Und an den gehen wir auch vorbei, denn er ist auch auf den weißen Reifen. Das ist auch so eine Chano-Okmir-Kurve, wo er gesagt hat, man kann da richtig cutten, ohne dass die KI das merkt. Bias, warum der eine 5-Sekunden-Strafe hat, ich weiß es nicht. Vermutlich während dem Safety-Code oder so, da gab es ja auch einige Strafen. Ich glaube auch Lance Troll hat eine Strafe bekommen. Und wie der vor mir gestartet ist, ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Aber der hat anscheinend so einen guten Restart. Ich weiß nicht. Wie ist das möglich? Wie sagt Gabi hat direkt Red Flag danach? Also ich weiß es echt nicht. Voltere jetzt im Windschatten. Saugen wir uns hier an den Finnen dran. Und dann gehen wir hier vorbei. Da gibt uns auch noch Yuki den restlichen Windschatten. Er bremse ich ein bisschen früher, weil ich eben nicht an Yuki hier dran klatschen will. Und ja, das ist jetzt P16. Alles ist Schadensbegrenzung hier. Aber wenn man sich aus so einem Rennen eigentlich keine großen Ausführungen mehr macht, könnte mehr passieren als man erwartet. Und so könnte es wirklich vielleicht passieren. Ja, die weißen Reifen sind echt kacke. Trotzdem muss ich hier alles geben. Wir müssen einfach gucken, dass wir weiter nach vorne kommen. Vielleicht kommt auch der eine oder andere Ausfall. Und vielleicht, ja, sind Punkte noch drinnen. Es ist wirklich, vielleicht kommt noch ein Safety. No way. No way. Hier steht einfach Charlie Claire in der letzten Kurve. Es ist die zweite Safety Phase dieses 35% Rennens. Ich weiß einfach nicht, was ich mir sagen soll. Es kann mich eigentlich nichts mehr überraschen in diesem Rennen. Wenn jetzt auf einmal Bernd anfangen würde, irgendwie, ja, in die verkehrte Richtung zu fahren. Mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern. Und er bremsst schon wieder die Falschen. Nein, das ist, ja, Quatsch. Ja, Mann. Da bleiben wir alle fast stehen. Und ja, Gott sei Dank gab es da keine 5-Sekunden-Staffel. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren, als Yuki hier stehen geblieben ist. Es ist wirklich heute ein echtes, beschissenes Rennen. Es treibt natürlich die anderen Leute ein bisschen zusammen. Hier gucken wir uns mal den Restart an, den es nach der roten Flagge gab. Und hier ist, ja, Russell gestanden beim Start. Die sind aber alle mit den Weißen vorne weggegangen. Hinten ein paar mit den Gelben und Rückblicken, die ich ja doch die Gelben drauf schnallen soll. Nur wie hätte ich wissen sollen, dass dieses Rennen so verrückt werden wird? Ich weiß es nicht. Ja, da bin ich zwar an manchen vorbeigegangen, musste aber alle wieder vorbeilassen. Ich habe auch geglaubt, das ist ein Joke oder so. Vielleicht nur gelbe Flagge. Aber ja, es war wirklich wieder eine Safety-Car-Phase. Und dann hier gucken wir uns dann auch unbedingt an, warum es hier wieder ein Safety-Car gab. Das ist eine interessante Sache. Denn hier in der letzten Kurve sehen wir dann auch den Grund für die erneute Safety-Car-Phase. Und die ist jetzt hier. Hier in der letzten Kurve sehen wir dann den Grund für die erneute Safety-Car-Phase. Ein geghosteter, weggedrehter Charles Leclerc. Ob er noch starten kann, ich weiß es nicht. Fakt ist, sie haben ihn jetzt weggebracht. Er ist wieder weggefahren. Das ist gut. Und wir gehen hier jetzt wieder rein. Unser Restart bombastisch, Leute. Bombastisch im Windschatten. Gehen wir hier einmal rechts, einmal links und jetzt wieder rechts vorbei. Also wir haben nicht mehr gekreuzt und übernehmen hier den 14. Platz. Es wären nur vier Leute, die wir holen müssten, um dann doch noch heute diesen einen wertvollen Zähler zu holen. Und auch Oskar ist ganz nah dran mit diesen ganzen Unterbrechungen. ist er wirklich ganz gut klargekommen. Piastri einfach hier strong. Wirklich. Sehr, sehr genial. Mir gefällt dieser Wille, dieser Enthusiasmus. Und vor ihm mein alter Teamkollege, der die erste Hälfte fahren durfte. Check the one. Der Alpine Junior fährt jetzt bei Williams. Das ist auch interessant. Aber auch possible. Wir kommen hier gut runter. Und im Windschatten. Ich hoffe natürlich, dass uns Piastri tatsächlich den großen Ärger machen wird. Er ist zwar mit den gelben Reifen unterwegs, hat aber auch eine 5 Sekunden Strafe. Was ihn, glaube ich, wenn nicht viel passieren wird, weit nach hinten katapultieren wird. Jetzt hier im Windschatten mit Check Dohan. Da können wir... Ja, und er verbremst sich hier und fährt dann ins Auto rein. Ja, das ist natürlich ganz bitter. Das ist wirklich scheiße gelaufen. Ich meine, es ist jetzt nicht unsere Schuld, dass er sich verbremst hat. Aber ich wollte jetzt auch nicht der sein, in den er reinfährt. Falls ihr wisst, was ich meine. Das ist echt dumm gelaufen für ihn hier. Trotzdem immer noch auf einem strongen 14. Platz. Wie gesagt, es wird halt schwierig mit der 5 Sekunden Strafe. Wir dann aber nach der Red Flag bekommen haben müssen. Also wahrscheinlich beim Restart irgendwie. Das hat auch viele überrascht. Wir sind hier hinter Check Dohan und vor uns kämpfen auch, Leute. Landon Norris nur auf dem 11. Platz. Das wundert mich echt. Das wundert mich so sehr, dass der so weit hinten ist. Check Dohan jetzt. Ganz spät gehen wir hier rein. Und ja, manche würden sagen Divebomb. Ich würde sagen, es war ein spätes Manöver. Und Lando kämpft hier gegen Kevin Magnussen, der auch eine 5 Sekunden Strafe hat. Ja, das ist natürlich jetzt Pit. Das ist echt scheiße für ihn. Ich hoffe natürlich, dass Magnussen lang genug da dagegen hält, dass wir da dran fahren können. Aber die Reifen sind natürlich jetzt auch nicht mehr gerade die Frischesten. Wir müssen halt da nochmal pushen, obwohl die Reifen wirklich tot sind, gefühlt. Da kommt sogar Check Dohan wieder dran, weil ich eben in diesen schnellen Rechtskurven nicht mehr ans Limit gehen kann. Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass bei den anderen die Reifen irgendwann eingehen werden. Irgendwie ja, den Grip verlieren nochmal in die Box wird nicht funktionieren. Außer es kommt Safety Code. Also da werden wir nochmal reinkommen. Das ist auf meine große Hoffnung. Und ich frage mich, wie die das mit den gelben Reifen machen. Ich meine Leute, ihr habt einen weicheren Satz. Gucken wir uns hier mal. Ja, da steht der Schal in der letzten Kurve. Und da haben wir jetzt dieses Manöver gegen Oscar Pastry. Da kommen wir eigentlich, wir waren ein bisschen vorbei. Ja, habt ihr gesehen, er ist beim Anbremsen einfach weiter gerutscht. Also entweder zu spät auf der Bremse oder dann auch einfach eine falsche Linie gewählt. Das ist dann Runde Nummer 16. Und da kommen wir ein bisschen weit raus. Dann nehmen wir dieses DR-Schild mit. Das ist natürlich eher in der Hitze des Gefechts. Aber die Reifen sind dann natürlich auch wirklich sehr, sehr schwierig. Die wollen doch, dass ich nochmal reinkomme. Wir haben aber einen komfortablen Vorsprung von zweieinhalb Sekunden und sind jetzt aus diesem 5-Sekunden-Fenster rausgeflutscht. Das ist aber wirklich immer das Pendeln so ein bisschen hin und her. Und das hilft aber trotzdem nichts. Denn wenn da vorne nicht jemand eine 5 oder 10 Sekunden Strafe hat, wird das vermutlich heute nicht langen für die Punkte. Ich muss trotzdem sagen, es war ein sehr geiles Rennen. Also das Rennen hat mir richtig viel Spaß gemacht. Mal was anderes. Wir hatten hier diesen blöden Unfall am Anfang. Und ja, mit Red Flag, Doppelgel, also zweimal Safety Car und so weiter. Es hat wirklich richtig gebaut, dieses Rennen heute. Ich hoffe, es ist wirklich rübergekommen. Ich denke mal, dass es knapp werden wird mit Kevin. Aber dass Jack Doan hier nicht mehr stark Chancen haben wird. Ich finde es auch cool, dass wir teilweise schon schneller wie der Williams sind. Aber ich würde das Rennen jetzt heute nicht als Referenz sehen. Denn es ist, wie gesagt, ein Ausnahmezustand. Wir hatten sehr viele komische Situationen, die eher nicht in ein normales Renngeschehen reingehören. Morgen geht es dann nach... Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Mexiko. Morgen geht es nach Mexiko. Da freue ich mich auch sehr drauf. Habe aber auch ein bisschen Schiss, weil ich glaube, dass wir auf der langen Grat noch richtig abgezogen werden. Müssen wir uns auch mal angucken. Ich bin sehr gespannt. Abonniert dafür unbedingt gerne. Wir sind hier noch einmal in meinem H-Sektor. Dafür nehmen wir auch immer ein bisschen Zeit zum Vordermann. Generell zum Vordermann darf ich. Ja, da haben wir jetzt wieder zwei Zehntel gut gemacht. Jetzt hier raus aus der letzten Kurve. Und ja, dann noch einmal die lange Start- und Zielgeraden hoch diesen langen und steilen Berg. Und da vorne biegt gerade Kevin Magnussen in die Kurve. Und ich glaube, auch die Gelben lassen allmählich nach. Trotzdem weiß ich nicht genau, wie die das geschafft haben. Die sind da 17, 16, 17 Runden mit einem gelben Satz gefahren. Diese Reifen hätten bei mir gefühlt 90 Prozent. Und ich müsste in jeder Kurve irgendwie vom Gas gehen, weil ich sonst irgendwie weggedreht werden würde. Jetzt hier noch einmal durch diesen letzten Full-Speed-Sektor. 5000 Flut 22. Wir rutschen hier. Das hat noch mal eine Zehntel gebracht. Die letzte Kurve noch rettet. Rettet die noch. Halleluja. Das habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, es war mir ein 5.000 Stück. Von wieder mal hervorragenden großen Preises der USA. Das Durchhalten hat sich bezahlt gemacht und hier zu einem unglaublichen Sieg geführt. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache. Aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine Mast und so weit nach vorne ins Feld fahren. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein absolut verdienter Sieg für Mercedes. Und es ist sich tatsächlich ausgegangen, Leute. Wir haben es hier geschafft. Wir haben es hier vor Kevin Magnussen ins Ziel zu kommen. Es ist halt blöd gelaufen. Ja, hier haben wir das Rennergebnis. Wir haben es geschafft. Und wie viel Zeit war das bitte? Das war, glaube ich, ganz, ganz wenig, oder? Es waren ein paar Tausendstel. Also 15, 26 oder so. Also das war wirklich knapp. Dennoch leider nur der eigentlich verhasste 11. Platz. Und wir sind auch der Erste, der hier beim 13. Platz anfängt, der keinen Punkt mitnehmen konnte. Ist natürlich schade, aber ich muss auch sagen, es war ein schwieriges Wochenende auf jeden Fall. Und ja, das war auch schon der vorletzte Sprint in unserer ersten Season. Wir konnten bei nicht vielen Sprints punkten, aber ja, auch hier das Wochenende natürlich bitter, bitter für die Sponsoren. Da gibt es nur 82.500 drauf. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das nächste besser werden wird. Wir müssen auch spezifizieren für die nächsten Rennen schon. Und ich werde wirklich den Fokus auf die nächste Season legen. Wir werden dann nichts in Neues mehr investieren. Also schaut gerne auf itz-tobi auf TikTok vorbei. Macht die 13k voll. Das heutige Wort des Tages kommt dann nach dem Endblock her. Mich würde es auch gerne freuen, falls ihr auf Social Media vorbeischauen würdet. Links wie alle. Und abonniert gerne kostenlos den Channel. Und lasst euch gerne da oben da. Und ja, aktiviert auch gerne die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Das heutige Wort, dass ihr in die Kommentare schreibt, dass ich gucken kann, wie weit ihr geguckt habt, ist eigentlich nur Pitline oder einfach nur Boxengasse. Mich würde es freuen. Falls ihr das so an Freunden oder so weiter empfehlt, meine Videos bis morgen oder später. Auf TikTok kommt auch auf jeden Fall jede Menge Stuff. Also wir sehen uns hoffentlich auch dort oder morgen hier wieder. und dann bin ich gleich jetzt hier noch nie. Wenn wir tatsächlich in die Kommentare haben, dann weiß ich einfach was, wer ich wirklich überrascht. Und das ist schon mal die Kommentare. Das wäre auch wichtig. Und da gibt es auch gerne noch die Kommentare. Mulher die Kommentare von uns an die Kommentare zu uns nicht nur einfach hinterher. Und da gibt es auch eine Schmerz!